ja 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 gespannt wir wissen nie wo wir landen sollten, dass ich gleich sterbe unten bei der Muni würde ich immer landen da geht eigentlich niemand hin und bin oben auf dem Wasser stehen oh dumme Arschloch das sind nie Waffen kann ja nicht mehr abgeben, aber die Beide ist direkt dran im Eck im Eckgebäude sind sie auf jeden Fall okay einer flippt da oben na fuck off leider nicht nicht auf range aber gleich den Drop holen ja er kriegt schon mal mein Gate und den dürfte glaube ich schon reißen komm mal sind Waffen so ich komme ach das ist schon gut bringe ich mal ein paar Platten hier oh die haben sich unseren Heddy geschickt ey fuck alter ich hab hier doch immer nach dem Waffen der Heddy gerade die Lieferung ab hier campt ja 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 das ist ein Knilch scheiße wenn ich den Finisher machen soll oh nein wir können es nicht nehmen oder? ne können wir nicht geht ob ich wirklich neber ne ne oder oh oh scheiße Panzafrost geht das vielleicht ich hab den gegen die Hausrat der Waffen hier oben gehts Leute hier oben gehts Leute wo ich stehe komm mal her Jun ja ah ja sehr gut was nehm wir denn jetzt ich nehm wir denn jetzt äh ich hab ne Muni Box ja Munition ja wunderbar ah ich hab die falsche Muni drin echt kratzen ah jetzt ist der Effekt eben was hab ich doch geändert warum hast du nen Doktor wieder so komisch geworfen ja 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 ich wieder das letzte Mal was zu tun ne das stimmt irgendwie so ähm achso wollen wir mal ne Drohne oder irgendwas holen dann können wir uns mal orientieren ja ach da sind sie ja schon mal die Rechtszone Eckgebäude die holen sich grad nen Drop bestimmt guck mal oder da landet grad einer einer ist auf unserer Ebene hier ach grad reingerannt einer ist wieder reingerannt ja ich geh mal über die Außentreppe hier ja der ist genau hier jetzt hä mach ich schon gar nicht so unfair ok ich blind alter krass so unfair wo sehe ich schon mit einem gesagt ist echt unfair ja ich hab jetzt mal ne Basuko aufgehoben in die Runde ja hab ich da hinten einen Koppel holt ja mal langsam auf Gold kriegen wow ich werd vom Elk ausgeschossen äh vom Chemical ja hinten beim Shop sind sie hier von unten vom jetzt mal links genau den meine ich hier vorne ist nur einer ja oh hier bei mir der hat sich wiederbelebt hier die Hure ach man ich krieg ja auch gar nix mit ja was ist das für eine Dreckswaffe alter das ist der Titte alter die C850 oder ja ja normalerweise ist die die Scherke hab ich das Gefühl nee ich geh mal wieder zum Eckgebäude dann hin ja da oben weg weggeschmattert sehr schön oh da kommt doch grad der Drop war ach der geht doch nee ich glaub der liegt schon oder ja bei mir hier unten wie kommt denn der Herr der Wichser wie kommt denn der Herr der Wichser Mann Arschloch Aua Captain Jack Überall oh Mann einer ist down aber jetzt kamen noch welche von hinten eine Sekunde doch bleib da mal stehen du mit Arschloch wir haben eine Passe in den Black Playlist Splasher das mit dem Drop jetzt oh ich hab mit einer jetzt schon weg zählen können ah ich bin zu langsam na gut sind die da noch drin ja ja na die zwei Teams die fighten sich da gerade ich war super herinnern aber nicht na das ist ne gute Idee warte mal hier liegt die ja jetzt wohl noch mal ran echt dann hol ich mir die jetzt ey was hat denn der für ein Aim alter die hat gar keinen mehr wurde grad gesniped von draußen irgendwo das ist ja nicht wer mich zeigt ne Waffe keine Waffe Achtung meintliches Team verfolgt deine Position der komplett leer gelootet einer hier da geh ich da nähren und sterbe ich geh mal nen Keller nochmal runter die sterbe ich da jetzt nicht ach oben drauf auf der Titen ach heute läuft es richtig geil dann wird ich von 30 kilometer entfernt gesnipet ist geil captain jack liegt unten k.o. im eckgebäude der kriecht richtung deacon jetzt raus da trifft er mich natürlich noch witz hochziehen aber ich wurde gestand ganz unten im keller ich habe die karte ist ja nur arbeiter ist das und man hat es nur ein schuss von dahin über er kommt glaube ich springt runter rechts er kommt hinter den zwei kleinen häuschen das war fast unter gesprungen meines achtens alles klar steckt hier so weit von der falle ich bin vom himmel gekommen hat man jetzt kommt ja oben auf dem dach bei dir ist noch in der lande quasi aber hier ist noch jemand in der deken robert oben direkt an der treppe ein bisschen weiter 56 meter von der treppe weg ich muss kurz platten schieben dann komme ich hinterher schieben dann komme ich hinterher ja da hinten ist er wurde von draußen beschossen einer ist hier noch macht er der rennen draußen lang also da drüben sind es das ganze team ist da oben wir sind wir gegen die die sind da jetzt kommt oben sind sie lang und berg ohne oben auf diesem wir müssen den oben auf dem berg und alle oben die müssen aber runter kommen ja hä hä niemals reich komm komm ja hier einer live mark steht da noch kann ich nicht mal kinder steht da draußen auch nicht noch nicht macht es geht nicht scheiße auch man spiel 8 so gut